Wer ist eigentlich DATEV? Zuerst das Wichtigste. DATEV ist nicht normal. Bei diesem Unternehmen dreht sich nicht alles um Gewinn, Renditemaximierung oder Shareholder-Value. Denn DATEV ist eine Genossenschaft. Was? Nicht so eine Genossenschaft, sondern eine IT-Genossenschaft. Was soll das denn sein? Die IT-Genossenschaft DATEV arbeitet im Auftrag von mehr als 40.000 Mitgliedern. Aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung. Für deren Kanzleien entwickeln wir Software- und IT-Dienstleistungen. Eigentlich wie ein ganz normales Softwareunternehmen. Nicht dieses normal. Schon eher. Oder so. Anders als eine normale IT-Schmiede machen wir Software für unsere Mitglieder und deren Mandanten. Zum Beispiel für ihn, sie oder für die, 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 die und für die auch. Mehr als 2,5 Millionen Unternehmen in Deutschland profitieren von DATEV-Software im Lohn- und Rechnungswesen. Weil das Möglichkeiten bietet, die weit über das Normale hinausgehen. Denn die DATEV-Software verbindet alle wichtigen Akteure der Wirtschaft in einem vernetzten Ökosystem. Steuerkanzleien mit ihren Mandanten, mit Behörden, Institutionen und mit den Banken. Zusammen kommen all diese Geschäftsdaten hier, in der DATEV-Cloud. Und auch die entspricht nicht so ganz dem Üblichen. Die DATEV-Server stehen nämlich nicht hier, hier oder hier, sondern hier. Cloud Computing made in Germany. Auch nicht normal. Aber besonders nachhaltig. Mehr als das Normale leistet auch die Beratung bei DATEV. Denn für unsere mehr als 8.500 Mitarbeitenden steht die Zufriedenheit von über 40.000 Mitgliedern im Mittelpunkt. Gemeinsam schaffen wir so Entlastung im Unternehmen, garantieren aktuelle Informationen und vereinfachen viele betriebliche Abläufe. Mehr Beratung, mehr Software, mehr Partnerschaft. Für uns bei DATEV ist das normal.